Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit Stranded. So, ich habe mich mal schlau gemacht zum Thema Fuel oder Benzin oder was auch immer. Und zwar soll das über Öl kommen? Ich habe keine Ahnung, wir machen jetzt nach den Freezern direkt erstmal Öl. Und dann gucken wir mal. Ja, aber ich hatte doch schon mehr gemacht eigentlich, oder? Ich wundert mich gerade so ein bisschen. Obwohl, da sind die Büsche. Ich weiß gar nicht, was das soll. Kann ich das dann nicht einfach irgendwie dusen? So? Ne, das geht dann nicht, ne? Das ist schon ein bisschen komisch mit den Feldern. Farms. Wie viel braucht denn so ein Crop? Oder so. So müsste es doch eigentlich auch gehen. Dann haben wir da was frei. Und hier ist es auch irgendwie zu klein. Dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Oh, jetzt haben wir Tammakblätter. Und, wie war das nochmal? Hier liegen Palmen, Fett, Smokeleaf Pipe. Collect Dried Smokeleaf. Achso, das müssen wir dann hier drohen. Ah, oh, ah, oh, oh, oh. Oh, sehr schön. So, ich werde jetzt mal zurückgehen und sagen, wir belassen nur mal ein Tor auf. Wir machen das mit den Fallen. Und wir müssen jetzt mal hier ein bisschen verbessern. Ich hätte nämlich gerade das Spiel aussehen laufen lassen. Da gab es schon wieder eine Käferinvasion mit bestimmt 30 Käfern oder so. Und das lief auch langsam. Das hat mich schon ziemlich gewundert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So, Hauptsache, wir haben erstmal normale Klamotten alle. Das ist wichtig. Ken, hallo! Mir zugewunken. Das ist schon toll. Okay. Also, Scrap Metal haben wir genug. Das sind Stone. Ich überlege, ob wir die... Aber guck mal, das, was ich aus Steinen bauen würde, geht ja gar nicht aus Steinen, ne? Geht nur Holz. Das finde ich halt schade. Das würde ich gerne auf jeden Fall... Gerne! Auf jeden Fall. Verbessern. Also, wir bauen auf jeden Fall einen Gefrierer hin. Und da kommen die Rohmaterialien rein. Dann halten die auch länger. Und ich überlege, ob ich ein Häuschen baue für Batterien. Ich glaube, das wäre schon echt wichtig. So, wir machen jetzt eine Sache weg. Das sollen die Leute selbst entscheiden. Ich glaube, ich werde das, ähm... Schedule mal ändern. Anything. Sollen die selbst entscheiden, was sie machen. Sleep gibt's gar nicht. Also, okay, genau. Macht einfach alles Mögliche. Oh, guck mal. Jetzt haben wir das das erste Mal gefarmt. Komm schon, schnell erkennen. Sehr schön. So, jetzt kommt das Öl. Jetzt kommt das Öl. Jetzt kommt das Öl. So, äh... Dekonstrakt. Und das hier muss repariert werden. Repair, bitte. Freezer. Ah, den hab ich doch schon... Hä? Ah, sieht genauso aus. Ich dachte gerade. Ja, warum nicht, ne? Ist ja das gleiche, nur noch kälter. Irgendwo, oder? So, pass auf. So, hier kommt jetzt rein... ...nur Cooked Meals. Und hier kommt rein... ...nur Raw Food. So. Da kommen sie. 26, da sind sie. Mein Gott. Wo sind die denn jetzt? Das wird immer schlimmer, ne? Wir brauchen nur wenige Türme. Aber darum geht's. Das ist wichtig. So Angriffe. Bugs am besten. Das sind ja genau Bugs. Ja? Da ist er am Trommeln. Ich glaub, das ist so eine Jamaikanische... Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ihr wisst, was ich meine, oder? Naja, vielleicht auch nicht, aber... Ich glaub, wir können uns jetzt aufstellen, bevor die jetzt kommen. Uns mal bereit machen. Wir speichern aber hier nochmal ab. So, wir lassen das offen. Jetzt müssen die hier rumstehen. Das macht sie bestimmt nicht fröhlich. Da kommen sie! Kommen die jetzt wirklich? Ach, guck mal, sie... Sie gehen träge. Aber es sind doch andere Käfer. Die sehen auf jeden Fall anders aus. Also, wir lassen sie jetzt zum Eingang gehen. Und kurz bevor sie da sind, schließen wir das Tor. Schließt das Tor! Alarm! Aha, uns... Zumachen. Sehr schön. Sehr schön. Oh, seid ihr in die Fallen gelaufen? Was tut ihr denn? Aber ihr macht nur halbe Energie. Ah. Komm, Ken. Sehr gut. Ne, geht dann runter. Das ist halt das Problem. Also, auf Kater, du gehst jetzt mal da hoch. Oder auch nicht. Gehen mehrere da hoch? Ne, das wäre auch toll gewesen. Also... Komm, hoch da jetzt. Es hält noch. Keine Sorge. Keine Sorge, stürzt nicht ein. Es ist unzerstörbar. Hust. Ich glaube, es verrottet hier draußen auch das Stroh, weil... Ich weiß gar nicht, ob wir das drinnen lagern können. Ich glaube, das geht gar nicht. Ach, du Scheiße. Nein! Katina! Lauf! Ken ist auch runtergefallen. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder tonnenweise Zeug rum... ...dingseln. Skarabälenlappen. Das ist gar nicht. Sind wir da am Bluten? Ne, ich glaube nicht. Cool! Es läuft, es läuft, das ist doch schön. Oh ja, oh nein. Das ist doch fein. Ja, Gott sei Dank habe ich davon schön viel gemacht. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Es fehlt noch ein bisschen was. Grain. Sweetsirup. Ja, wir müssen noch mal Leder holen. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Pflanzen. Warte mal, die eine Pflanze, die haben wir noch nicht. Die ist hier oben. Ist mal blöd, dass die immer eine gleiche... Es wäre cool, wenn die da... Die fehlt uns noch. Brightleaf Plant. Risk of Meltdown. Kater. Injuries 3. Wir haben auch nicht mehr viele Verbände, ne? Das ist ein bisschen blöd. Dann nehmen wir noch mal... Was haben wir denn genug? Bandagenantel 10. Nicht gebunden haben wir doch gar nicht. Ach doch. Wir haben gar keine Prioritäten drauf. Kata, Kana. Sind beide schlechter drin. Können wir da wenigstens mal auf 3 machen. Besser als gar nichts, glaube ich. Okay, jetzt geht's doch wieder. Ne, erstmal alles zerfetzen. Und dann wegtragen, weißt du? Aber immer direkt wegtragen ist doch blöd. Und... Immer direkt wegtragen ist doch doof. Dö, 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 dö. Oh, wir sind fertig mit Öl. Hab ich gar nicht gesehen. So, dann machen wir jetzt mal... Komm, wir machen jetzt mal lieber Antibiotika, weil ich glaube, das wird noch wichtig. Ähm, dann brauchen wir jetzt mal... Okay, gucken wir mal. Also... Dö, 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 dö. Zement? Ich glaube, da müssen wir auch mal ran. Zement, der ist wunderbar. Zement. Machen wir einmal. Zement. Das ist wunderbar. Zement. Tja. Na gut, ist noch nicht gewachsen. Doch, wir haben doch geerntet. Jetzt müssen wir mal gucken. Erst Pause, tschuldigung. Ich war mal hier auf normal. Irgendwas Neues. Doch, Ölpresse haben wir. Okay, Ölpresse. Machen wir hier rein, oder? Weil hier ist das Grain. Grain, 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 Grain. Was kann man eigentlich so gar nicht einfrieren? Ich glaube, das waren Kartoffeln. Die werden doch so matschig. Oder ist Gott, das... Ja, ja, doch. Ich glaube schon. Also, alles geht nicht. Alles verliert irgendwo die Konsistenz. Konsistenz. Ähm, und ist... Fem... Ähm, ja. Scrap Metal oder Wood. Fermentierungsfass, den wir auch mal mit. Einfach, einfach mal bauen. Einfach, einfach. Distille. Kannst du uns Grain into alcoholic beverage. Oder Syrup. Das mal nach draußen. Weil das stinkt doch, oder? Machen wir mal da hin. Produktion. Äh, wir produzieren. So, jetzt machen wir auch mal den Electric-Vornasel. Ja, das sollte gehen. Der kommt... Hier hin. Daneben. Ne, warte mal. Dahin. Dann dekonstrukten wir, oder wir machen den einfach aus? Aber es geht hier nicht. Bake. Bricks. Ach ja, da war was. Ne. Obwohl, vielleicht müssen wir es mal machen. Machen wir auch mal einen. Okay, los geht's weiter. Guck mal, sehr gut. Das ist jetzt bald alles geschlachtet. Eine Sessel ist immer noch nicht fertig, weil uns fehlt jeder. Jeder. Find, produce, liquid, fuel. Guck mal, das ist sehr gut. Warte mal. Essen jetzt gefrorenes Essen. Äh, Kater. So geht das aber nicht, ne? Wir haben wieder Zeit zum Kochen, ey. Meine Güte. Ich bin schwer enttäuscht von dir. Kater Meach Cooking 7. So, und wo machen wir Antibiotika? Aha. Destille. Destillieren. Moonshine. Ja, Moonshine ist quasi schwarz gebrannt. Schwarz gebrannt halt illegal. Das haben wir den auch. Das kommt weg. Nee, halt. Halt! Nee, wir wollen ja backen. Ich weiß ja nicht, ob das hier auch geht. Bake? Geht ja auch hier. Ach, lassen wir halt mal beides gerade laufen. Ist doch egal. Idle 2. Krass. Okay. Uns fehlt Holz. Dann gehen wir nochmal ein bisschen Holz ordern. Machen wir mal hier den Wald weg. Ist doch nicht so weit weg. Wie gesagt, äh, Straßen fehlen noch. Schadrassen. Schabrackenstraßen. Schabraxen. Ja, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, wie wir das hier haben. Aber Antibiotika. L. Guckst du? Ach, Electronic. Das. Power. Science. Defense. Das muss doch hier stehen, oder? Research. Wo ist denn das nochmal, was wir da... Wooden, äh, Fermentation Barrel. Ach so. In der, in der Tonne. Okay, ja. Äh. Ja, Pilze, ne? Also, wie er immer von da aus an der Treppe vollschießt aufs Ziel. Das ist der Schwierigkeitsmodus. Ja, sehr gut. Esst, meine Kleinen. Ja. Macht Papa glücklich. Da, läuft. Also, ich habe genießen. Grain, bla, äh, Sirupfuel. Ja, keine Ahnung. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Wir machen alles Mögliche. Und irgendwann werden wir das schon bekommen. Haben wir so eine Lightning Rock eigentlich jetzt noch gebaut? Naja, bauen wir jetzt... Ach, da ist ja eine. Eine haben wir. Das ist gut. Müssen wir mal aufpassen, weil ich ja oftmals an Sachen vorbeigucke. Deswegen kann man mich nicht oft genug rumrücken. Wir bauen jetzt einen Power Cell Generator. Das ist schon wichtig. Können wir eigentlich da hinpacken. Power Zellen aufzuladen. Oh, guck mal. So langsam oder sicher brauchen, müssen wir gucken, dass wir... ...vielch noch mehr Windturbinen bauen. Weil ich meine, Sonne ist nicht immer... Ist eigentlich scheißegal, wo die stehen, oder? Vorsicht... Vorsicht ist besser als Vorsicht. Also, ich mag den Holzofen. Es gibt nichts Besseres. Sehr gut. Machen wir noch ein paar Hemden. Dann wird es mal Zeit für eine Rüstung, oder? Hier. Einmal. Ob das was bringt, weiß ich halt nicht. Aber... Oh, es geht wieder voll. Aber gut, das sind die Solarsachen, ne? Ist das jetzt fertig? Ist ja jetzt eigentlich eine drin. 19 Tage? Ne, warte mal. Er steckt die Power Cell da rein, damit die als Energiequelle dient. Ist das richtig? Generate electricity while depleting a Power Cell. Ne, das geht eigentlich gar nicht, oder? Turn off. Das ist nur für den Notfall. Alter, wir wollen doch keine Power Cell depleten. Alter, wir können die damit aufladen. Wie viele Power Cells haben wir denn eigentlich? Ich meine, wenn ich die gebaut... Wenn ich das Ding gebaut habe, dann braucht das ja eine Power Cell. Power Cells? Keine. Toll, so viel dazu. So, was... Ölpresse. So, Extract. Äh, hier. Antel... Keine Ahnung. Antel 10. Und bei... Oh, das ist jetzt schon Redou. Yo! Geil. Voll der Solo. Okay, dann machen wir als nächstes auch mal Öl. Das ist ja alles Katers Aufgaben, ne? Guck mal, das ist doch sehr gut. Da hält das Zeug noch bestimmt ewig. Guck mal, so kann man arbeiten. Ekelhaft. Kürbis. Bäh. Also, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ne? Kann jemand von euch was mit Kürbis anfangen? Habe ich noch nie gegessen und wenden doch. Habe ich schon. Also, bäh. Kürbis. Da scheinen sich die Geister. Aha. Sehr cool. New Resource. Veget... Vegetable Oil. Okay. Vegetable Oil. Animal Fats. Kater ist Edling. Warum eigentlich, Kater? Gibt's ja nicht genug, was du kochen kannst? So ein bisschen muss man da schon mal, ne? Dich zwingen. Okay. Ich meine, aus Fett und Alkohol kann man doch bestimmt was Schönes machen. Aha. Na, endlich. Fuel Mixing. Doch, ja. Öl. Und First Aid Kids machen wir danach mal. Okay. Sehr schön. Willkommen voran. Wir gehen jetzt mal mit Ken, äh, Tiere knallen. Oder wir nehmen auch Kana mit. Was soll's? Ich meine, ich weiß ja nicht, was die da machen. Äh. Das sind Insekten. Guck mal, da ist nochmal einer von denen. Nur einer? Ne, es sind mehrere. Okay. Ausrotten. Er weiß schon, was passiert. Okay. Los, Ken, schnell. Kana hält Wache. Genau, und Kana nimmt mal das... Oh, das geht ganz gut, wenn man das zu zweit macht. Kana und Ken. Guck mal, noch aufmachen. Sehr schön. Ja, das ist ja, ich meine, ein orbitaler Luftschlag wäre hier vielleicht angebracht. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Guck mal, das ist bald voll hier. Jetzt ist die Elektronik gleich fertig. Wir müssen auf jeden Fall den Strom im Auge behalten. Ich wette, ich wette, das hier verbraucht. Ich wette, das hier verbraucht tonnenweise, aber da ist grad nix drin. Das wird ja auch gar nicht benutzt. Wir können höchstens noch mehr Solarzellen bauen, damit das am Tag sich das definitiv auffüllt. Und dann fangen wir an. Und dann fangen wir noch ein. Sehr schön, ich bin stolz. Sportliche Betätigung ist wichtig. Trinkt der gerade Öl? Ne, Moonshine. Yo, cool. Öl. Endlich. Alkohol habe ich auch mal gemacht bei, ähm, RimWorlds. Aber Öl gebe ich schon auch runter, wie... Wie Öl? Sehr schön. Ich glaube, Alkohol löst viele Probleme. Den komm mal in Alkohol ersäufen. Gummisch, wann wächst denn das Gras nochmal? Ich meine, was haben wir denn jetzt für ein... Scheiße. Schon fast alles wieder vorbei. Wir müssen mal dieses Gras anhäufen hier. Freud-Busch. Freud-Busch. Komm, machen wir auch mal, äh, Grain-Cop. Ach, ja, wahrscheinlich... Ne, die haben wir ja. Blade-Gras. Lade-Gras. Ähm. Tun wir es nach draußen? Ich glaube schon, oder? Wir wohnen es ja fast hier nicht mehr. Oder müssen wir es mal erweitern. Was ist so hier hinten? So. Äh. Äh. Aber eigentlich... Ne, warum nicht? So, dann kommt das weg. Nein. Nein. Oh, was ist denn hier los? Oh, warte, ich muss jetzt Pause machen. Sekunde. Ach, Animal Migration steht da. Warte mal, sind die jetzt alle bei mir eingezogen? Endlich. Warte, wohnen die jetzt bei mir? Ulfen. Alter, scheiße, wie viele sind das denn bitte? Essen jetzt alles bei mir auf? Ne, oder? Oh, ja, genau laufen meine Fallen. Hehe. Ja, die laufen einfach durch. Das interessiert die auch gar nicht. Ich meine, ich könnte jetzt... Ich meine, ich könnte die Zäune um die Dinger drum herum bauen, aber... Das hilft halt, die, äh, abzuhalten Tiere, aber sonst gibt's noch kein Animal Husbandry anscheinend. Wir bauen jetzt erstmal hier alles fertig. Und dann, äh, gucken wir mal. Aggressive Animals. Neun. Oh, wenn die jetzt kommen, prügelt sich mit denen. Da gibt's hier voll den Tierkrieg. Der dritte Tierkrieg. Wir alle kannten ihn. Schrecklich in seiner, äh, Brutalität. Das sind aber Insekten. Die Insekten... Der Insektenkrieg. Der Insektenkrieg. Ah. Wieder am Essen. Sehr schön. Jetzt greifen sie an. Wir halten das jetzt einfach mal im Blick. Da kommt die Airborne, ey. Scheiße, die fliegen ja schon wieder. Ich hab's vergessen. Sammeln! Alter, die sind einfach... Kata, du musst schießen! Sammeln! Ja, wie die abstürzen, ne? Ja, tatsächlich, oder? Nee, doch nicht. Ihr hässlichen Fliegeviecher. Ich hab eure Großmutter umgebracht und aufgegessen. Da ist aber ein Räuber. Ach, guck mal, Dunkelheit macht tatsächlich einen Unterschied. Wenn die daneben schießen, lernen die aber schneller, oder? Power Cell Research. I have disabled in some advanced DNA. I have... Dabbled. Ach so. Make memories of how power cells are made. It should be possible to research them without a sample. LOL! And you waited this long to tell? Alter, wir können Powerzellen bauen, oder researchen. Einen Tag zwölf Stunden. Puls Rifle! Juuu! Alter, scheiße, die fressen jetzt alles auf, ne? Wir müssen jetzt schlafen gehen, heile, heile Gänzchen und dann die Palisade fertig bei uns. Sonst macht das keinen Sinn. Slapped without my beloved. Passt du mal, es gibt's Verliebte? Warte mal. Pass auf, wir machen mal Doppelbetten. Ne, hab ich doch gar nicht. Aber... Was ist denn... Hä? Slidden slap with my beloved. Half-Sister of Ken. Ken, Kana... Die mögen sich alle gar nicht. Lover of Ken. Ken und Katina. Aber... Soll ich die Betten nebeneinander stellen? Noch mal so, vielleicht bringt das ja was. Dass sie sich nicht mögen alle, ne? Das ist krass, aber gut, die sind halt abgestürzt. Ne? Gut, ich denke, wir kommen locker über den Winter. Alter, da kommen mir viele jetzt. Und wenn ich die angreife, haben wir echt ein Problem. Jetzt sind einfach alles auf. Was ist eigentlich hier mit? Holz. Das braucht noch. Holz haben wir auch noch. Ich lass die jetzt lieber selbst arbeiten. Guck mal, er ist bald tot. Dried Smoke Leafs. Sehr gut. Können wir auch so ne Pfeife machen. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Ich sag, das soll erstmal hier Holzarbeiten getätigt werden. Ken, auf dich ist immer Verlass. Alter, diese Viecher. Also durch Tore gehen die nicht. Glaube ich. Oder ich weiß auch nicht. Ist da eine jetzt tot? Ne, noch nicht. Aha. Komm weg damit. Sehr schön. Haha. Ah, jetzt ist er gleich down. Ach, da seh ich jetzt. Ist er auch so. Hinter dem Kopf. Das hab ich vorher nie gesehen. Lustig, ne? Wie ich immer nie was sehe. So immer erst. Genau. Das Läder. Okay, cool. Haben wir das. So, dann gibt's nochmal Korn. Ich glaub, das ist die letzte Ernte. Aber jetzt. Ich glaub, bei Klamotten machen wir nochmal alles weg. Oil, Limit Reach. Nehmen wir mal 30 Oil. Achso, was fermentieren wir denn jetzt mal? Antibiotika. Antil 1. Machen wir mal 5. Ähm. Da voll die Seuche, die Viecher. Wie gesagt, ich mach auch so schusssichere Schussanlagen. Schusssichere! Schusssichere Schussanlagen. Na, first 8 kids. Hab ich vergessen, dass wir das ja anmachen. Einen Tag, 12 Stunden. Und dann haben wir Pulse Rifles. Guck mal, das geht sogar vor den Laser Pistols. Lustig, oder? Fine Produced CPU Cores. Und das haben wir wahrscheinlich jetzt bekommen. Ist geil. Richtig gut. Und eine andere Windturbine. Fallen. Flamethrowers. Automated Turrets. Ich glaub, das sind die letzten. Obwohl manche Sachen aufgetaucht sind, obwohl ich die noch gar nicht gesehen habe. Burnout. Okay. Ja, aber ihr müsst doch nicht die ganze Zeit arbeiten. Ihr könnt doch... Ich... Ich weiß ja nicht. Irgendwas machen. Ist ja ein freies Land. Alter, dass wir hier so viele Tiere haben, ist krass. Was für Leder haben wir denn? Ist das immer noch nicht trocken? Ne. Jetzt sind auch's mit besseren, leckeren Gerichten. Meat Stew. Ante. Drei. Oh, die Meat Stew mal ganz nach oben. Und die, äh, Veggie Stew. Alles okay? Okay. Ja, die fallen alle in die, äh, in die Fallen rein. Also jetzt haben wir bald wieder Winter, ne? Wenn wir im Winter wieder die Klamotten weggehen, dann raste ich aus. Das geht vielleicht noch. Also wenn ich mit denen irgendwo hier hinten hingehe, dann muss ich vergessen. Ich kann's ja mal probieren, die da oben zu erforschen. Ich meine... Vielleicht schaffen wir's ja. Ich breche aber mal ab, bevor da einer hingeht. Ich meine, kann ja auch voll in die Hose gehen. Aber es wäre eine der letzten Pflanzen. Die ich weiß, die wir noch nicht haben. Oh, es kraft uns an! Feuer frei kennen! Sehr schön. Observing. Okay, jetzt müssen wir mal hier gucken. Was ist denn jetzt los? Ne, jetzt greifen sie an! Okay, okay, hat's ja ledig. Da brauchen wir nicht hochgehen. Ach, Kana ist da oben schon! Wir lassen das. Lauf, Kana, los! Kommt gar nix. Gut dann. Hab ich nichts gesagt. Aber ich würde gar nicht wissen, warum die immer Schaden bekommen, die kleinen Fliecher. Die fliegenden. Die fliegenden Fliecher. Leute, tut mir leid, ich muss hier aufhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge beim wunderschönen Stranded Alien Dawn. Bis dann, wie immer. Haut rein, Leute. Ja, ich weiß, ich hätte beinahe den Titel vergessen.